abel racing hier 10.7 2016 autos an der tiger r4 g3 twin hammer der loggers und kamera unfreundlich angebracht aber sehen ich glaube er steht auch wenn man erkennen ja alles grün alles grün alles grün alles grün okay das war sand da war ein bisschen seitenwind im spiel wie an den flaggen da hinten vielleicht sehen könnt haben wir relativ viel seitenwind können es halt nicht vermeiden alles grün alles grün so wir haben dann mal ein bisschen eingesammelt war ein bisschen fertig hat ja gesagt kamera aus kamera aus gute 133 abgeflogen lief nicht so aber gerade was haben wir an defekte die vordere platte hier ist krumm macht nichts der dämpfer hat er mitgekriegt ist auch nicht viel die hintere dämpferbrücke ist krumm gebrochen technik läuft noch alles in ordnung lipos und teile motoren regler alles läuft noch also eine dämpferbrücke und dämpfer kaputt 140 gegen zauberland da vorne sind raus ja die karl da sind hier so alle sachen die wir da haben zu hause also man sieht auch bei 133 haben wir geschafft 134 km h ein abflug ist nicht ein total schaden und kommt das auto ja 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 alles klar bis zum nächsten mal bei nächsten mal evo racing cho